Ich fliege zweimal im Jahr auf die Philippine. Wir kommen aus Apolda. Hab ich schon erzählt. Apolda liegt praktisch gleich weit. Von Weimar und Buchenwald. Ich wollte Kaugummi kaufen. Von so einem Jungen mit dem Bauchlärm. Da sagt der, hey, willst du meine Schwester? Ich sag, nee, keine Kinder, klar. Darauf sehr, Junge. Du kannst auch meine Mutter haben. Mögen Sie nun die Deutschen? Ja oder nein? Die haben noch nie sehr auf die Philippine. Ich dich auch nicht. Meine Damen und Herren, ich vertrete hier in Manila General Air. Die Sache hier dauert noch ein wenig länger. Sie ist auf der Weg zu Stuttgart. Business? Vacation? Vacation. Was soll man von meinen Halten, die Pausen aus Fahrt sagen? Das finde ich auch scheiße. Die wollen uns ja fertig machen. Weil wir so erfolgreich sind. Wir. You have to respect me. Das ist eine wilde Stadt, Knut. Mit dem zядlichen Namen. Und zum Zählen. Das ist eine wilde Stadt. Vielen Dank.